Ja da war ich... Jungfrau Maria ey, aber geil. Ja, aber in dem Match war ich mit meinem Kumpel unterwegs gewesen und ich habe gesagt, ey das ist so geil, da mache ich jetzt mal einen Spreenshot vor. Ja, die Leute kommen auf gekloppte Namen. Oh, ihr habt unten schon die erste Salve kassiert. Oh, jetzt ist Tobi dran, das weißt du von dem Spiel. Wie weit bist du mit deiner Erfahrung? Ne, das ist das erste Grundprinzip. Das Grundprinzip kenne ich. Das Grundprinzip kenne ich. Ähm... Soll ich nicht viel? Also ich habe Ihnen schon ein paar Sachen gezeigt, aber... Herr, nimmst du es? Gerne auch noch ein bisschen was entgegen. Kassadin sieht mich schon direkt in die zurück zum Turm, Alter. Das ist doch geil. Ne, das ist auf jeden Fall Lauf, Alter, ohne Scheiß. Low-Bobs sind immer gut, noch mal ein bisschen mehr Chancen. Ja, mach deinen cool aus. Was? Und verbrauchst du Mana. Ja, ich habe gerade sowieso nichts anderes, das ist doch scheißegal. Ja, ähm... Und als zweitens nimmst du das weh und mach das so maximal wie möglich. Okay. Warte, bis ich Level 3 hab, dann gänke ich mittig rein. Ich muss jetzt nach oben Topcam gucken und dann... Sollte ich stark genug sein. Wobei das wäre ja schon verlockend. Er mit Level 1, äh, und erst mal schon kaputt gänken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den... Sein kaputt kriegen den Kesser. Klar. Ja, noch gesagt, zerbrechlich oder so ähnlich, ne? Ja, dann halte ich ein bisschen Depp. Das hittet auch gar nicht. Das ist okay. Dann komme ich mal zu dir runter. Hast du ein bisschen runter? Hast du ein bisschen runter? Meinst du? Ja, ja. Na gut, dann gehe ich erst mal unten gucken. Ah, Jacks und... Brenn, Kasadin, brenn! Hahaha. Gib ihm! Komm schon, der stirbt! Oh, sehr knapp. Ich habe Ignite vergessen. Fuck. Ja, schlecht, ne? So, ich komme unten, gänken. Ach, ich habe mich gesehen. Im richtigen Moment. Sehr schön. Pass auf, Wobo, ich auf! So schnell bin ich nicht bei dir. Lol! Hahaha. Alter, wie klein. Boah, gerade fällig gekriegt. Aber es ist sowas von knapp, ey. Und Kasadin auch gekriegt. Ja. Ich bin da hingeflasht, habe ich... Ignite drauf und direkt weitergerannt. Hahaha. Wow, warum nicht? Zwischen zwei Türmen, Alter. Wenn er es mit sich machen lässt... Wer ist Fürstrat eigentlich? Bitte? Haben wir Fürstrat oder Gegner? Ich? Äh, ja, unser... Unser Fürstrat. Ich Fürstrat, Kasadin. Aber Botlin sieht gerade richtig scheiße aus. Oh, er hat zu wenig eben. Das ist so verlockend. Hahaha. Aber Jack scheint auf jeden Fall High Level zu sein. Ja. Ja. Eschi hatte genau im richtigen Moment hier klare Sicht hier gesetzt. War dann scheiße, dann konnte ich nicht da rein ganken. Wie gesagt Tobias, guck das auf jeden Fall die Last Hits machst und halte ich halt defensiv. Warte, wir gehen mal zusammen runter. Ja. Äh, Freakel. Juhu. Ja. Warte, 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 da ist Auge, Auge. Warte. Ne, egal, habt ihr uns schon mal gesehen, komm. Ne, die haben uns nicht gesehen. Doch, Ash hat schon gefeuert. Komm schon. Ne, 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 ne. Wow. Boah, bösartig, ey. Ja, nein. Oh, der stirbt auch noch. Hahaha. Geil. Oh, ich liebe meine Passiv, alter. Schön verbrannt. Burn, baby, burn. Ach, Dreck, jetzt habe ich auch noch einen Fatschen Skill mitgenommen vor Begeisterung, Junge. Hahaha. Ich wollte Q maximieren, weil es jetzt habe ich erstmal eh gesetzt. Aber Sprössing ist auch nicht so verkehrt. Ja, jetzt ist Warwick auf der Bot Lane. Aber ich glaube, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Ich hole mir jetzt erstmal Boots und dann ist hier schon viel besser. Ist schon wieder 1000 Gold. Ne, ich habe jetzt erst 1000 Gold zusammen. Aber ich habe ja auch nur ein Es, äh, nur ein Es ist gekriegt. Na komm, nehme ich mir eine kleine Amor mit. Na, Es ist in der Mitte, dann soll die ruhig da bleiben, dann mach ich gleich klein Holz. Aber ich gucke, dass ich das nächste Blau gleich an dich gebe, ne. Mhm. Top ist langweilig. Tobias. Du musst gucken, dass du mehr Last Hits machst. Also du musst die Viecher wirklich töten, die Minions. Weil die bestimmt, äh, wie, 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 wie stark du, wie es hinterher. Was, was muss ich machen? Äh, die, die, die Viecher da, die musst du killen. Du musst den letzten Schlag auf die machen. Ja, ich weiß. Ja, aber du hast ja 6. Äh, erstens glaube ich noch und. Was? Ich hab' die ganze Zeit, die scheiß wie ich hier an. Das habe ich erst 6. Naja, du musst die wirklich den letzten Schlag machen und die töten, sonst kriegst du die nicht gezählt. Oh, klasse, ey. Ich pushe eben, und dann glaube ich sie. Ich geh' mal toplane gucken. Lass dich mal oben zurückfallen. Dann können wir mal gucken gehen. So, ich steh' bereit. Sehr nice. Du nimmst ja alle auseinander da. Geil. Ja, die, die sind auf einmal zusammengelaufen. Ich hab' eh drauf gehabt. Fliegt meine Ulti schneller. Ja. Bääb. Ach, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen fail hier reingesprungen, aber egal. Hätte er sich noch ein bisschen defensiver. Leben hat er nämlich keins. Ja, ich kann man nach unten gehen, ne? Das hat kein Leben. Komm, erst mal. Da kommt du immer noch nicht zu Last sind. Wirklich. Ja, ist doch gut. Hey, komm, erst mal zu blau. Ich hole hier blau. Hätte ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ja. Ja, nur, dass er keine Last jetzt kriegt, ne? Wieso, er hat 15? Ja gut, das muss halt ein bisschen geübt sein. Das ist als Anfänger jetzt ein bisschen schwer. So, jetzt holen wir dir. Ding! Oh, ich komm runter. Ja, ich auch. Das war ja eine Party, wenn ich will, was teilhaben davon. Ah, die haben eine Watch stehen, 100%ig. Komm schon, Ulti. Habe ich nicht. Sag mal so, drunter mit 15 CSOP. Auf jeden Fall. Sehr schön. Burn, baby, burn. Jetzt lass mal Cassidy ihn gucken. Ja. Aber ich muss aber gucken. Ich habe höchstwahrscheinlich nur für den Stun Mana, ne? Ach, reicht. Wenn überhaupt. Bis jetzt reicht es noch nicht. 75, jetzt habe ich. Wo ist er hin? Scheiß, Mann, ich habe nie aufgepasst. Wo ist der hin, verdammt? Er ist am Turn. Hahaha. Wie geil, voll erschütter. Ja. Naja, egal. Hauptsache macht er den Tower nicht weiter an. Oh, die werden mich später fuchsen, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn du die meisten Kills hast, sowieso. Du musst sowieso aufpassen, nicht gleich, dass The Warwick dich irgendwie überrennt. Ach, Warwick ist dumm, Alter. Wo? Was sagst du jetzt so leicht? Ach, Exhaust, Mann. Ach, Exhaust, Mann. Da wird hundertprozentig Backporten. Ne, da ist er noch. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Alter, wie viel dein, 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 dein W, äh, zieh der. Mein W? Ja, ja. Ist doch, da, 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 die, die Flamme ist doch dann, oder, ne, eh, war das, ne? Was hier ist W? Bitte nicht pushen. Warst du auch noch zu viel abziehen? Ne. Ich hab das jetzt auf 5. Wow. Ja, mit Level 9. Und, und, und das Problem ist ja, weil das Gute ist ja, äh, wenn ich vorher mein E reinmache, dieses hier, warte. Ja. Und dann, mein W drauf auf. Mein W macht dann 25% mehr Schaden. Ah, okay. Okay. Tobias, du kannst ruhig mit uns sprechen. Wir beißen nicht. Ich konnte nicht losrede mit uns. Werd locker, entspann dich, weg da, hier an den Tower. Boah. Ich hab 1000 Gold, gleich, der ist ja geil. Ich hab mir gleich einen Kartoffel. Stop. Okay. Oh, schlecht. Ja, der kam reingesprungen. Highlands und alles. Das ist so typisch Kassadin. Ja. Ich kann jetzt gerade auch nichts machen, hier, weil, äh, Warwickal. Ja, aber die Puschen. Komm, egal. Alter, aber gestern, äh, die, die, die Fail Flashes über die Mauern, ne? Ich hab echt einen Besenbald gefressen. Ach, diese Aktion, ja, ja. Boah. Was war mit Mauer? Na, ich bin... Soll ein Jace entgegen Wunder gewinnt. Nee. Nee, wir haben gestern, äh, ein paar Matches zusammen gemacht, und, äh, wir haben dreier mit, äh, im Map gezockt. Und, äh, ich hab dann versucht, äh, von der Toplane dann halt praktisch über die Mauer zu flashen. Und die Scheiße ging dann dauernd nicht. Jedes Mal bin ich... Er ist immer gegen die Wand geflasht. Jedes Mal. Und ich konnte mich so nachstellen, wie ich wollte. Ich weiß nicht, äh, er sagt dann von wegen, die hätten die, äh, Reichweite irgendwie verringert, oder so. Keine Ahnung. Boah, das gab jetzt aber ordentlich wieder Kohle für ihn, ne? Und der hat ein Blut. Wer hat das, äh, Käser? Ja. Ja. Müssen wir aufpassen. Müssen wir nicht sowieso gucken, dass wir mal den Dragon machen. Weiter. Er schießt schon wieder Mitte? Pass auf da. Oh, das ist scheiße. Wann das jetzt drei Stücke bei dir in der Mitte? Hättest du ja unten Bescheid sagen können, dass einer Mist ist? Ne, die sprechen nicht. Warte doch, erst erst. Ja, geschrieben. Aber wir sind hier im TS. Ja. Ne, jetzt hat's geschrieben. Ich hab gedacht, ihr habt's gelesen. Ja, ne, wir sind ja alle im TS außer Sona. Also, ich dachte eigentlich, dass man da quarrillen tut und so. Geh mal bitte. Ja, ich muss erst mal hier oben gucken. Oben sind nämlich zwei. Braust du nicht. Braust du nicht. Ist okay. Ja, Kasadin wird langsam halt, ne? Gegen mich. Na, der macht mir jetzt schon ein bisschen Schaden. Bam. Zurück da unten. Und da wollen wir erstes rum. Na, es geht gerade hoch. Du musst aufpassen. Ja, das soll so hochkommen. Ich kann natürlich gucken, dass ich dir Kessama, äh, richtig schon, äh, jetzt festhalte. Ja, bitte. Wenn er weit genug kommt, das ist das Problem. Jetzt ist er schon wieder weggegangen. Ey, jetzt ist Eschi auf der Top Lane. Naja. Jetzt müsst ihr ja aber unten gegen Jackson eine Chance haben. Ich ziehe der Ash mit der EQ-Kombo fast die Hälfte Leben. Du, ist ja geil. Der traut sich nicht. Näh, der traut sich wirklich nicht. Ich kann ja mal ein bisschen... Kennst du das Blitzcrank-Video? Komm, 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 komm. Bam. Sehr nice. Alter, lässt mich hier was verrecken, ey. Ich hab, ich hab oben geguckt, sorry, Mann. Hahaha. Ja, sondern was darfst du denn machen? Ja, komm, wir sind Eschi. Ist doch gerade noch gut gegangen. Ja, gerade noch, du sattest. Gründer auf Top, ich weiß nicht, ob die Eschi auf Top ist, ne? Na, ich hab auch keine Ahnung. Deswegen wäre es nicht, wenn man an hoch kommt. Ja, ja, chill. Haha, chill. Er hat die Ruhe weg. Habe ich auch, aber... Ich kann nicht pushen. Pop ist komplett miss. Ja, ja, chill. Eschi ist mit. Gut. Nur noch Twin da oben. Oder Warwick gegebenenfalls noch. Komm, hol das Twin. Äh, Kessa mit. Komm, 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 komm. Komm schon, jetzt muss ein schönes Stun in Twinder. Ja, ja, nicht, 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 nicht. Kassadin Smith? Jetzt mach ich hier den globalen Team ansage oder was ist los? Hm? Das ist dann nicht meine Aufgabe. Ich bin nur der Jungner. Muss mal gucken, dass ich hier im Junger ein bisschen Gas gebe. Kassadin's top. Okay, ich komme. bei uns fehlen zwei solch ausrichten denke ich jetzt mal ja da konnte ich beim besten will nichts machen naja da kriegst du die kugel mit 6 ist auch oben die drücken ganz mehr was haben sie gegen mich habe keine scheiße ich bin dort weiter was drücken die alle auf der top lane leute alle top alter kommt schon noch mit los ja man wollte mich verarschen was wollen die alle top ja was ja und ich ja so ein kleines spaß die team soll ich auch mal mitgehen wenn dinge sind mit geht ja ich hole sie mir jetzt jetzt reicht es mir ich bin dauer also ich komme jetzt auch ich habe auch leider keine bootze ich gerade fest ja schön trinder weg naja den kriegst du nicht mehr komm her hier so tobias gebäck weil jetzt sind nämlich alle miss ist er kenne ich zurück das ist aber eigentlich schon fast zu lange naja schon kälse schon rot of age ist das rockt schon mal richtig schön weil was ja denn den wo ich wäre denn damit gerissen hast naja entweder läuft sein feuersäule gebäck und tobias noch weiter zurück du stehst viel zu offen alter kassadine und jetzt auf gleich alter ja gibt ihnen nur ein bisschen ap das reicht schon der skaliert richtig gut er gibt mir auf den sack der junge alter du bist dauernd hast du nicht hier weiter zurück aber ein bisschen drücken ist immer schön oben zünde mir ort drei leute oben alter schwede was haben die alle mit der top lane ja weil sie auch nicht ein ding ist kann man allerdings hat kann man ja der jacks und kassadine kann man aber tündemir steht auch noch da und so schwein komme ich nicht hinterher der tründer hat nichts da ist dumm ja komm jetzt pushen wir mal ein bisschen alter das kann doch nicht sein dass sie die ganze zeit hier zusammen rumlaufen wenig an mir das soll sich liegen muss ja nur nebenbei auch noch gucken dass sie ein bisschen lange sonst kriege ich auch kein level und froh dass ich gerade überhaupt level 11 habe obwohl der ist jetzt dauernd und weg oder wozu vor zehn ich gehe weiter aber auch gut können wir auch machen er steht hier ja ich kann mich kreuzweise ja ja jacks alle vier oben und weg und warwick unten solo wir sollten mal gucken ob er deren blau klauen können nein 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 wie ist das wieder hingehen ja die erschein setzt ihre weisheit richtig gut ein beziehungsweise klare sicht oder wie der scheiß buff heißt ich gehe mal weg oder wenn er da irgendwas jetzt killen wollte ich bin zwar in der nähe aber noch zu weit weg durchgefahren war echt was rennen die alle so pervers zusammen rum anfangs spielen sie wie die pops her und jetzt drehen sie voll auf oder was bei uns ist also unten ist kassadin und morwick falls er interessiert das interessiert uns nicht da stehst ja nur du haltet euch ja mitte ich mal ein bisschen mehr defensiv dann kann ich noch mal im boots kaufen gleich das wäre schon von vorteil so was kaufe ich dann jetzt sollten wir gleich mal die initiativen machen ja ich bin auf dem weg weil die sind alle fünf da so drauf da jetzt hast du dann holt die rein jetzt genau jetzt halt darum das legt gerade voll von mir hier meine fresse naja wenigstens haben wir drei stück dauernd von denen so ich brauche blut wir haben dann kommen wir ja dann weiter 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 was willst du das blut ist top fahren gehen und würde ich sagen da machen wir jetzt blue tobias runde zurück komm komm doch wir noch nicht weg ja ja dann ich bin zum brand und dings ja ja zu mir ich weiß gar nicht wer du bist ja ok und jetzt kommt ich denke den schnell so sehr schnell sehr beeilen ja ja und jetzt volles rohr drauf da er ist wie viel geld also 1900 ich müsste ausgehen ja ja 1900 also dieses auf kdu dieses ganz große was ganz große weiß was ich meine 1650 das ist das superschwert was ich dir gezeigt habe für angeschaden und das klinge der unendlichkeit ja genau ja ja das heute fertig aber war dieses ganz linke schwert ja die mann der bordauer dauernd mit vier mal das hat das wollte sie zuerst alter wie die bescheuerte zusammenstehen und unsere sona kauf keines worts und nicht in diesem match kommt das echt über kraft hier rüber weil ich habe gleich einen platz für wort durch auch wenn ich jetzt runter brauche gehen wir mit denen gehen wir mitte weil hier ist nichts mehr zu machen das habe ich eine krasse auf einmal hatte ich noch gehabt 140er pinkmann alter was ist das aber ich kann gar nicht mehr richtig laufen alter was machst du da ja ja ist doch noch mal wirklich die laufen zusammen ja das das sagen wir schon seit einer halben stunde so lange dort das match gerade mal aber natürlich ist das krank die stellen sich an die letzten box aber ich weiß woran es liegen könnte dass es leckt wir erst mal mit youtube ausmachen aber wenn du jetzt den ganzen man da verschwinden ist übrigens auch nicht ich mache ich ja nicht ich habe ja genug ja der blubber oh mein gott das war ein schöner stil ja aber ich weiß auch noch zwei für ein was du musst mitte hier drauf doch 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 jawohl so geht das was machte tun war wollen wir ja ohne minions klappt das nicht hat finde das auch schon wieder da es hier auch müssen wir weg gehen komme tobias leben die alle schon wieder ja ja hier hol dir den was darauf nicht wo halter schwede jetzt geben sie aber gas hier es war eine fresse und geht ja auch einfach nicht alle zurück wir wollen uns schnell das rot mitnehmen bin da bin da bin da ja richtig schön jetzt mal alle welche warwick 0 1 na ist schön gestanden noch okay ist dann oh ja auf jeden fall warbox habe ich jetzt auch weil ich schnell genug haben wir alle vielen alter schwelle die mann richtig pervers schaden warwick und trinder mir alle auf mir drauf also ich habe und ich habe noch ich habe auch ein paar lecks alter ich bin jetzt gerade so dass ich auf einen in aster spiel würde mag keine ahnung woran er weiß vielleicht sind wir auch in aster von wir haben das geträumt dass wir die ganze auf den eu west gespielt haben naja ich sag mal so momentan treffe ich nicht viele franzosen von daher wäre das vielleicht mal von vorteil das problem ist selbst wenn du tonnenweise abweh für sona macht die skaliert mehr auf schaden als auf hatte als auch hier wollte die däde noch klauen oder was dann zu weg da war nicht nach tobias weg 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 los not yet weiß ja wir haben schon eine halbe stunde gespielt und sie sagt bei words aber in einer halben stunde noch nicht dass das spiel theoretisch nach nach 45 minuten durch ja und sie will nach mehr als der hälfte der zeit noch keine words setzen das sind so wie so so kleine sicht dinge da kannst du die karte mit aufdecken finde für drei minuten die kaufst du und ich lauf voll alter ich bin vor dem pfeil weg gelaufen auf einmal stand sich in dem fall drinnen schöne lecks war hammerhart alter ich hasse solche händerten lecks man ha 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 ich soll das maul halten ist klar leidigte denn der carry als noob weißer und spielt nicht besser ja jetzt habe ich dir fast in den jungle weggepumpt um zu sehen ja stremm dich zweimal die pickaxe ist auch nicht so gerade vom vorteil ich habe das ding gekauft ich habe den mantel eigentlich richtig ich will den wichser kaputt haben naja kriegen wir nicht beim besten will nicht der portet weg kassadin kriegst du nicht wenn du einmal unterwegs ist so ein glück dass wir gerade da waren alter ohne scheiß naja der ist op ich ich bei der nerf jace und dann hat deine mula jungen lol mach ihn kaputt na jetzt nee 2000 kann ich nicht denken am besten will nicht warum nicht noob report auf jeden fall und zurück 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 drake baron äh ja ich muss halt mal sagen drake sind alle am leben und war weg hat gleich schutzengel wer würde mich ziehen wenn ich meinen bloodlesser aufladen bin ahhh ne 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 ist so mi 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 war dabei tenk mal hier ja ganz toll ja ganz toll ja ganz toll das ist die ashpottfarm Oh Mark, du kannst gar nix, ey. Halt die Schnauze. Das ist ja eh nicht so, dass es hier scheiße ist. Hammer hart, der Junge, Alter. Ihr sollt euch nicht flame hier. Oh du Bengel! So, ich hab jetzt Stundenglas, jetzt können die mir gar nix mehr. Jetzt kommt noch Riley, und dann... Ey, ey, Jan, guck mal die Top-Lang, guck mal die Top-Lang hier an. Hammer hart, Junge, Alter. Du bist ja da einmal reingesprungen und da hast du zerfallen, oder was? Ja. Ich hab die ganze Video überhaupt einen Sprung kaputt gemacht. Oh, geil. Ach, ich weiß woran das liegen könnte, das ist so lag bei mir. Hä? Mein PC versucht gerade Verbindung zu Steam, äh, zu... Genau. Ja klar, das Ding geht direkt runter. Verbindung zu Steam war das Problem. Diese Sona, ne? Ja. Kommst du nicht hinterher? Die sind schon weg. Alter, wie schnell! Ja. Ja, Sona hat noch nicht erkannt, wozu sie hier überhaupt im Spiel verfügbar ist, ne? Die hält sich wahrscheinlich irgendwie für so ein Mage oder so. Ich glaub kaum, dass sie das versteht. Geh weg da! Weg, 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 weg! Oh, oh, jetzt bist du tot! Lauf! Ne, gegen Huawei kommst du eh nicht weg! Alter, guck mal wie lange er läuft! Guck mal wie lange er läuft! Ne, jetzt kriegst du nicht mehr! Fuck! Schnell, mein Blue, schnell, mein Blue! Mein Blue, schnell, hallo! Ja, Sekunde! Ich hab auch noch was zu tun! Mir egal! Mir egal! Hallo, jetzt springt er nicht über die Mauer hier! Geil! Ja, das macht mir egal auch! SAUBER! Wo sind unsere Tanki-items? Hmm? Jaaa!!! Was für Tanki-items? Hab ihn dir! Ich lass ihn! Ohhhhhhh! Nein, lieber den da! Nein, lieber den da! Scheiße man Guckt der Elsch an Na ja Elsch kleine Bobby Komm lass mal schnell den nächsten Tower machen Nein Jace macht es Vierfachttötung Bäm lass gewinn So gefällt mir das Ja ist natürlich klar Du musst dir wieder als Held auf der Plattform rennen So easy Junge Ja du mich auch Heb je Marianna um umpje Ja du mich auch Ich habe ja Ich Du Rev Us Ich Quite Vielen Dank.